Es wird niemals jemand kommen und dich retten. Du wurdest vergessen, du bist nur ein alter Mann, der ersetzt wurde, so wie du ganz oft schon Leute ersetzt hast. Nicht mehr lange haben wir einen kleinen Schneck vor die Türe dieser Insel. Und ich kam wieder nach Mexico. Nein. Sieh. Mach einfach die Augen zu und lass los. Ich meine, wer bleibt? Ob es wirklich, dass dich jemand liegt? Ob es wirklich jemand ist, so bescheuert und kommt hier auf die Insel, um dich zu retten? Auch wenn wir hier irgendwelche Spastisch haben, die hier irgendwelche Sachen zusammenmischen und denken, sie sind jetzt hier eine Alchemist. Sie werden niemals kommen. Sie werden niemals kommen. Richtig. Sie werden niemals kommen. Die werden kommen. Die werden dich richten. So wie Gott dich richten wird. Was du mir eingetan hast. Ja! 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 Was ist denn die Scheiße? No, 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 no. Fuck. Ich habe gesagt, der Tag wird kommen. Du wirst mich nicht brechen. Ich werde dich nicht. Ich werde dich jetzt tot. Nein, das wirst du nicht. Du hast ganz... Alpha 3 gefunden. Ich schnau auf, was? Oh, fuck. Ach. Ach. Ich bin weg. Ja, hoch. Und dann setze ich erst mal hin. Also. Ich will schon einfach hinter mir bleiben. Ja. Alles gut, einfach hinter mir bleiben. Wenn es nicht geht, frage ich dich. Fangen wir gegenüber. Die kommen ruhig und seid nicht hinter mir. Ich bin der Knoll. 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 Ihr bleibt einfach nicht. Ich bin der Knoll. 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 Runde in die Choke. Komm, komm, komm. Wir machen einmal Speerspitze. Nach vorne. Weg freimachen. Der Bede mit der Heizung nach vorne. Wir wollen die Schuhe vergessen. Wir sind noch ein bisschen drinnen. Und dann raus. Kontakt raus. Kontakt raus. Aber wenn sie nicht sehen. Ich bin der Knoll. Jetzt bin ich mir Haupteingang. Ich bin die Füße! Ich bin die Füße! Bläm mich kurz in die Ecke! Ja. Wir müssen hier raus! Wir müssen raus, da ist das Tor, nicht die Ecke! Ich laufe! Ich laufe! Ich laufe! Gern mal, es geht! Komm, ich laufe! Raub und aus! 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 Und wo oben ist der denn? Der ist doch in seine Ecke und in eine Wohnung! Auf geht's, oder? Bist du das? Delta läuft ganz nach vorne, ich bin der anderen herzlichen Kapitel. Mehr, mehr, mehr. Mehr? Weiter, weiter, weiter. Ja, hab ich, aber nicht erst mal die. Ja. Denken wir dir nicht mehr klar zu laufen? Nein. Das ist einfach voll. Wir bleiben aber bei den anderen Namen nennen, aber jetzt laufen. Schau mal, wir sind zu weit nach hinten, dass wir schon mal einen wegdecken aufmachen. Na, Copy. Delta frei. Komm. Komm. Komm, 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 komm. Bleib stehen. Es läuft das Wurstenbein runter. Ich hab dich, komm, 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 komm. Komm, ich nehme dich mal die Straße runter. Komm, komm, komm. Komm, ich nehme dich mal die Straße runter. Komm, 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 komm. Ich nehme dich. Ich hab ihn, ich hab ihn, komm, komm, komm. Wir brauchen den Verarzt. Ich hab ihn, ich hab ihn, komm. Einmal rechts von dort verarzt. Fuck, ihr habt mich gefragt? Wir sind alle vorbereitet, Delta 1 ist im Schussbund und ich brauch deine Bandagen. Ja, check. Komm rein! Komm, komm! Komm irgendwo drauf! Geht das? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm rein! Komm rein! Hier ist Kassel, da kommt ihn. Komm her! Komm her! Komm her! WOOOOOOO! Uhhuhuhu! WTF! Iaaaahhhh! Oh mein Gott! Das hier will ich nicht anders, denn das ist einfach. Wir industrial erst im Team. Wir sind jetzt, die anderen! Oh Gott! Heiler call's doch nicht schon! Adi! Es ist schwer, nicht zu hassen. Menschen, Dinge, Institutionen. Wenn sie deinen Lebensmut brechen und es ihnen Freude macht, dich blutend zu sehen, dann ist Hass das einzig folgerichtige Gefühl. Ich hab sie gesagt! Es wird der Tag kommen! Ich wollte es gelangen erreichen. Ich wollte Putter! Ich wollte Putter! Aber ich weiß, was der Hass aus seinem Mann macht. Er zerreißt ihn. Macht aus ihm etwas, das er nicht ist. Etwas, das er sich geschworen hat, niemals zu werden. Das muss ich euch sagen. Um euch zu zeigen, wie sehr ich mich bemühe, nicht einzuknicken unter dem Gewicht all der furchtbaren Dinge, die ich in meinem Herzen spüre. Manchmal fühlt sich mein Leben wie ein tödlicher Balanceakt an. Was ich empfinde, liegt im hartem Widerstreit mit dem, was ich tun sollte. Unbesonnene Reaktionen, die schnelle Lösungen herbeiführen. Meinem Verstand meilenweit voraus. Begleit rein. Erste boot An Air Messung prompt. Der ist eine verschiedene Fahrzeuge. Ein láer Tag, ich denke respirate. fixe ich entstPC. Vorsicht, bei Fahrzeug. Ah, gewinflusch ist es gut. 1,2, komm. Oh Gott. Willkommen daheim. God bless you. Auch mit Medizin und Unterstützung? Oh, ich hab mich dieses Land vermisst. Ich hab mich dieses Land vermisst.